So, hallo. Hier seht ihr mal meinen Montagseinkauf. Ich war heute beim Aldi. Beim Aldi habe ich insgesamt 101 Euro ausgegeben. Unabhängig davon waren da auch 5,50 Euro Pfand. Und da würde ich sagen, stelle ich euch das mal vor. Ich würde gerne mit den Sachen anfangen, die gekühlt werden müssen, weil ich habe die jetzt gerade hier alle trappiert. Die waren schon im Kühlschrank. Die habe ich auch nochmal rausgeholt, um die Preise draufzuschreiben. Also ich fange mal an. Bayerische Leberkäse habe ich geholt. Ich hoffe, der stellt jetzt auch alles. Ich muss mich mal vielleicht so verdecken oder keine Ahnung. Ich hoffe, der stellt auch alles schön scharf. Aber, naja, wir werden sehen. Bayerische Leberkäse kostet 3,65 Euro. Davon habe ich mir zwei Stück geholt. Das ist halt super lecker. Das mache ich mir auf ein Brötchen oder auf ein Brot oder esse einfach so. Noch ein Spiegel ein dabei. Ein bisschen Zwiebeln darüber. Ganz toll. Außerdem hatten die heute noch süßen Senf. Auch beim Aldi. Das war beim Aldi einkaufen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. So, machen wir mal weiter. Das war der Leberkäse. Dann habe ich mir geholt. Gehacktes. Da sind 800 Gramm drin. Und das hat 5,99 Euro gekostet für 800 Gramm. Halb und halb. Davon habe ich mir zwei Pakete geholt. Ich habe hier noch einen Weißkohl. Da mache ich mir einen lecker Weißkohl-Salat. Also ich halte es wieder mal so, in der Hoffnung, so, dass er das schön scharf macht. Bist du vergriffen? Nein. Dass er das schön scharf macht. Vielleicht muss ich aus dem Bild so. Na ja, gut. Schauen wir später. Dann, also weil er gleich in den Kühlschrank muss, habe ich noch viermal ein körniger Frischkäse geholt. Da kostet einer 99 Cent. Der ist auch sehr lecker, finde ich. Meine Frau vor allen Dingen ist den sehr gerne. Vier Stück. Einmal Butter, einmal Markenbutter. Das ist die Markenbutter. Und die hat gekostet 2,09 Euro. Auch wunderbar. So, dann kann das weg. Ja, hier habe ich geriebene Käse. Einmal für Gratin, also zum Gratinieren. Und einmal Mozzarella. Da hat jeweils das Paket, was hat er dann gekostet? 1,99 Euro. Ich schaue da auch mal rein. 1,99 Euro dort. Und 1,99 Euro dort. Das ist auch sehr lecker, weil das geht auch relativ schnell mit einer Bechamelsoße. Da Käse rein. Und hier so ein paar Nudeln. Zeige ich gleich, weil die werden ja nicht schlecht. Das ist wunderbar. Haben wir auch ein tolles Essen. So, was habe ich noch geholt? Hier habe ich noch Frischkäse. Frischkäse mit Kräuter. Moment, so. Frischkäse mit Kräuter. Auch wunderbar. Hat gekostet 1,49 Euro. Sind drin. Wollt ihr noch drin? 300 Gramm. Wunderbar. Ähm, dann Emmentaler. Emmentaler. Essen wir auch gerne an Brot. Hat gekostet 2,59 Euro. Und weil ich gerne Schinken mag, habe ich mir noch Schinken geholt. 2,49 Euro. Ist jetzt nicht so billig für 200 Gramm. Aber ich finde den recht lecker. Fällt ja mal so. Du musst über den Kopf decken, damit er das scharf stellt. So, ich hoffe, das war scharf. Okay, für die, ähm, für die Koloroladen nehme ich noch gerne Bacon. Da bickle ich ja Bacon drin rum. Da habe ich mir dreimal Bacon geholt. Ich zeig mal einen Bacon so. Ich hoffe, das wird auch scharf gestellt. Ja, der hat mich ja. Ich muss mich immer so verstecken. Na, ja. Ich glaube, jetzt hat das. Da hat ein Paket, ähm, 79 Cent gekostet. Und, habe ich irgendwas vergessen, was noch schnell weg muss. Die Brötchen, habe ich die Brötchen geteilt. Für mich schaue ich hier nochmal. Das sind 9 Weizenbrötchen. Oh. Da mag ich halt gerne den, ähm, den, den, den Fleischkäse drauf. Und die haben gekostet 2,29 Euro. Das sind 9 Stück. Die schmeiße ich einfach im Backofen 12 Minuten. Auch den Backofen gar nicht vorheizen. Einfach rein, 12 Minuten sind die wunderbar. So. Jetzt packe ich das erstmal kurz weg. Damit das schön gekühlt werden kann. Und da muss ich mich auch nicht so beeilen. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Also, jetzt erstmal weg. So. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ach. Das ist immer mit die Sachen, die, ähm, schnell verderben. Die müssen halt schnell in die Kühltruhe, beziehungsweise in den Kühlschrank. So. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt kann ich mir alles nehmen. Fange ich am besten hier auf der Seite an. Meine Frau, die mag unheimlich gerne diese Reiswaffeln mit Kohlade. Oh, ich hoffe, das wird wieder schön ein kleines Geld. Die haben gekostet. Normalerweise habe ich mir das gerade drauf geschrieben irgendwo. Ah. 1,99 Euro. Ein Paket. Also meine Frau, die mag die halt sehr gern. Und ja. Man leistet sich ja sonst nichts. Also was leckeres Essen. Ähm, wir leben zu dritt im Haushalt. Also meine Frau, mein Sohn und ich. Und mein Sohn, der mag super gerne Chips. Ja, welches Kind macht keine Chips. Und ich hole aber nicht die teuren. Ich hole die von Aldi. Aldi Hausmarke, keine Ahnung. 1,09 Euro. Und das sind drin 200 Gramm. Die sind auch recht lecker. Ja. Davon habe ich zwei Pakete geholt. Dann Salzstangen. Die mag ich allerdings auch sehr gerne. Äh, Salzstangen. Salzstangen, Salzbrezel. Die mag ich auch gerne. So. Salzbrezel, 99 Cent. Ein Paket habe ich auch zwei Pakete. Und Flips. Flips. Auch 99 Cent. Auch mal schön reinhalten. Gossen auch 99 Cent. Ja. Die mögen wir. Und dann habe ich meinen Sohn noch hier so. Eine Tüte Haribo geholt. Haribo Polarab. Ja. 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 Haribo Colorado. Die sind allerdings für 1,69 Euro wirklich nur für meinen Sohn. Weil wenn ich die esse, ich bin ja nicht der Schlankste und die haben Kalorien. Also da muss ich aufpassen. So eine Tüte hier, da sind 320 Gramm drin. Und 100 Gramm haben 358 Kilokalorien. Also das ist schon eine Menge. 358 mal 3. Oh mein Gott. So eine kleine Tüte, 1000 Kilokalorien. Also. Das ist schon heftig. Und die kann man mal eben so wegschnavelieren. Naja. Lassen wir das. Ich besser nicht. Mein Sohn kann das vertragen. Das ist so ein, ja der hat eine gute Figur. Der ist nur jung. Ja mein Gott. Als ich jung war, war das auch anders. Was ich prima mag, sind so Sandwich Scheiben. Die kann man schön toasten. Oder ich habe auch so einen kleinen Kontaktgrill. Da kann man die reinschmeißen. Bisschen Wurst drauf. Bisschen Senf oder Ketchup oder keine Ahnung. So wie man mal mag. Bisschen Käse. Ich habe mir noch so Sandwich Scheiben geholt. So Schabletten geholt. Bisschen Käse drauf. Für 1,29 und das sind 750 Gramm. Also ganz toll. Die sind ganz toll. Und vor allen Dingen sind die relativ preiswert. Mein Sohn, der mag gerne Zitronentee. Der macht sich immer diesen Zitronentee. Diesen, ähm. Ja da muss man ein Wasser auflösen. Der haut sich da glaube ich für so eine Kanne. In der Kanne sind, ist ein Liter drin. Da macht der 20 zu Löffel rein. Naja. Jedenfalls kostet der Top. 1,99 und weil die das nicht immer haben. Weil die das nicht immer haben, habe ich da jetzt 6 Stück geholt. Dann hat der Junge erstmal Ruhe. Und kann das Zitronentee machen. Ähm. Normalerweise sollte man das ja nicht machen. Aber ich mache das halt. Ähm. Smacks. Und hier habe ich mal zum Ausprobieren so Karamell Grips. Karamell Grips. Mal so. Dann sind die komplett im Bild. Kann man ein bisschen so. Kann man besser lesen. Karamell Grips. Und die kenne ich ja schon lange. So damit er nicht blendet. Und Honeybead. Also das sind so. Ähm. Wie heißen die denn vom Kellogs? Das sind so Dinger mit Honig. Die sind sehr lecker. Und da kostet die Packung. Jetzt habe ich mir da irgendwo auch geschrieben. 2,79. Also das ist auch all die Hausmarke. Hier Golden Bridge. All die Hausmarke. Auch nicht so teuer. Bedeutend billiger als Cornflakes. Oder ist Cornflakes die Marke? Kellogs. Kellogs ist die Marke. So Senf. 59 Cent. Also das ist wieder so ein Spottpreis. Das ist wieder so ein Spottpreis. Den finde ich voll in Ordnung. Ich habe zwar noch Senf. Aber ich habe immer gerne Ersatz. Und dann habe ich ja gedacht. Ich mache so den. Ich mache so Käsenudeln. So Mac and Cheese quasi. Aber Mac and Cheese sind schnell. Und da habe ich mir jetzt 2. 2 so leckere Macaroni geholt. Die sind auch schon kaputt. Also man kann natürlich auch ganze Macaroni nehmen. Aber die machen sowieso kaputt. Und so sind die schon kaputt. In der Packung sind 500 Gramm. Und die kosten 1,19 Euro. Das war ich gekohlt. Wunderbar. Das ist halt der Allgäuer Schmelzkäse. Allgäuer Art Schmelzkäse. Die finde ich ziemlich teuer. 1,79 Euro. Ich glaube der war früher mal bedeutend billiger. Aber früher ist halt früher und nicht heute. Also 1,79 Euro. Dann Meerkorn-Schnitten. Meerkorn-Schnitten. Wir essen halt auch nicht nur Weißbrot. Wir essen auch gerne so. Ja Meerkorn-Schnitten halt. 1,29 Euro für 500 Gramm. Perfekt. Dann meine Frau. Die macht im Gegensatz zu meinem Sohn. Und trinkt die zu Brausertabletten. Da gibt es einmal hier Magnesium und Vitamin C. Die ist davon überzeugt. Da kostet 50 Cent so ein Ding. Da gibt es eigentlich auch eine rote. Die hatten wir aber heute wieder nicht. Und am Zettel stand jeweils zwei. Ich konnte halt nur die holen. Also Magnesium und Vitamin C. Ich schalte die mal so. Ich hoffe da kriege ich eines gebacken. Also wie gesagt 1,50 Cent. Und die macht sich da auch so trinken. Die nimmt da so eine Flasche und macht sich da keine Ahnung wie viel. Wie viel da rein. Aber ich schmecke das wunderbar. Ich bin jetzt nicht der Kaffeetrinker. Und wenn ich Kaffee trinke, dann will ich da nicht eine ganze Kanne trinken. Dann will ich eine Tasse trinken. Und eine Tasse irgendwie selbst aufschütten. Und ich habe auch so eine Kapselmaschine. Aber Kapselmaschine finde ich auch sehr teuer. Ich habe einen Wasserkocher, mal einen Wasserkocher an. Dann ist der heiß. Und dann habe ich hier 100 Gramm löstlichen Kaffee. Der schmeckt mir ganz gut. 2,99 Euro kostet der. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Mir schmeckt der lösliche Kaffee. Gefriergetrocknen. Habe ich einen, den mache ich auf. Einen habe ich Ersatz. So. Dann habe ich mir Salz geholt. Weil ich wollte eigentlich Suppengrün kaufen. 2 mal. Also so Packungen, wo Möhren, Sellerie und so alles drin ist. Hatten sie aber gar nicht. Aber ich mache mir dann so Gläschen und bereite die schon mal vor. Das heißt, ich schnibbel das alles klein. Und konserviere das. Und das muss ich mit Salz konservieren. Jetzt normalerweise verwende ich Jodsalz. Das Jodsalz kostet auch nur 29 Cent. Aber zum Konservieren ist Jodsalz nicht so gut geeignet. Deswegen nämlich zum Konservieren. So. Ähm. Der Schatz der Alpen. Alpensalz. Das kostet allerdings. Ich habe vorgeschrieben. 75 Cent. Genau. Das kostet 75 Cent. Aber. Weil ich das nicht so oft brauche. Der hole ich mir halt das. Dann. Den Weißkohl. Gott sei Dank hatten die schon mal einen Weißkohl. Weil ich liebe Kohlkohl laden. Deswegen habe ich auch das Gehakteskohl. Und den Beckenkohl. Und Kohlkohl laden. Da kosten Kilo 90 Cent. Das sind 1,96 Kilo. Sollen 1,77 Kilo. Also 1,77 Kilo habe ich für das Ding hier bezahlt. Und. Ja. Habe ich hier drauf geschrieben. Also das schmeiße ich sowieso weg. Geil. Lecker Weißkohl. So. Dann habe ich noch ein paar Datteltomaten. Oder Cherrytomaten. Aber hier steht. Hier steht wirklich. Datteltomaten. Hier ist es noch 500 Gramm Datteltomaten. Ich muss halt ein bisschen drehen, glaube ich. Sonst blendet die Lampe. Hat das gekostet. Achso. Um Deckel. 1,79 Kilo. Also die kann man auch so abends mal wegnaschen. Oder wenn man Brot isst. Oder ja. Dann wollte ich noch einen Eisbergsalat holen. Hatte sie aber auch nicht. Oder beziehungsweise die sah nicht mehr so schön aus. Als dass ich hätte einen kaufen wollen. So. Dann ist mir der Paprika ausgegangen. Ich einmal Paprika scharf. Ich hoffe, da kann man sehen. Und Paprika Edelsüß. Paprika Edelsüß. Da habe ich halt keinen mehr. Und so ein Döschen hier. Kostet. Ich habe ja auch immer aufgeschrieben. Ich habe alles aufgeschrieben. Aber nimm dann halt 79 Cent ein. Also für den Preis finde ich auch. Hier sind halt. Hier ist der süße Senf. Ja. Ist ja bald Oktoberfest. Hier ist der süße Senf. Kann ich auch mal so in die Kamera. Hier ist der süße Senf. Und der hat gekostet 1,29. Der war sogar am Angebot. Zwei Stück. Die kann man ja immer mal gebrauchen. Die wird natürlich auch lecker mit Leberkäse. Gut. Und. Also Nussschokolade. Ja. Gibt die tollste Nussschokolade. Aber. Diese Hausmark. Von Aldi. Kann ich echt empfehlen. Schmeckt super. Und die kosten nur 79 Cent. Davon habe ich mir fünf Stück geholt. Ja. Aber egal. Und. Normalerweise haben wir noch genug. Gut noch zu rechten Papier da. Aber. Ich habe mal neues geholt. Weil. Das war heute im Angebot. Für 3,15 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht was das normalerweise kostet. Ich glaube 3,75 Euro oder irgendwas. Jedenfalls war es im Angebot. Und wenn was im Angebot ist. Weil ich sowieso kaufe. Und das wird ja nicht schlecht. Glaub ich das. So. Das war alles. Das waren insgesamt. Bezahlt habe ich 101,86 Euro. Jetzt muss man noch die 5,50 Euro. Weil ich am Pfand hatte abziehen. Ja. Dann komme ich so auf 100. 106 Euro. 107 Euro. Ist für Montag gar nicht so schlecht. Und ich habe mindestens für. Also zum Beispiel die Kokolan sind zwei Tage. Die Nudeln sind zwei Tage. Und. Dann nochmal zwei. Also ich habe fast für die ganze Woche zu essen. Für 100 Euro. Für drei Personen. Ja. Wenn man nicht sparsam ist. Dann weiß ich auch nicht. Ich danke fürs Zusehen. Und. Ich hoffe euch hat. Hat der kleine Foodhole hier gefallen. Wenn nicht. Dann Daumen nach unten. Wenn ja. Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich immer. Und am besten noch die Glocke. Dann verpasst ihr auch nichts. Ne. Also. Ich wünsche euch alles Liebe. Und wir sehen uns beim nächsten Video. So wenn ihr wollt. Und tschüss.